Verzweiflung als wichtiger Entwicklungsschritt. Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden, Eigenschaften und Fähigkeiten. Hast du richtig gehört? Verzweiflung im Tugenden-Lexikon? Ist Verzweiflung eine Tugend? Ja, ich behaupte ja. Eine Verzweiflung zu empfinden, aushalten zu können und wirklich aus der Verzweiflung heraus zu reifen, das ist eine wichtige Aufgabe. Und insofern ist Verzweiflung auch eine Tugend. Es gibt eine wichtige Yoga-Schrift, die nennt sich die Bhagavad-Gita. Die besteht aus 18 Kapiteln. Und jedes Kapitel hat auch einen Namen. Und das erste Kapitel heißt zum Beispiel Der Yoga der Verzweiflung von Arjuna. Das ist interessant. Der erste der 18 Aspekte von Yoga, doch der 18 Yoga-Arten, die die Bhagavad-Gita vorstellt, ist der Yoga der Verzweiflung. Verzweiflung. Wieso ist Verzweiflung eine Tugend? Wieso ist das ein Yoga? Entwicklungsschritte kommen nicht einfach von selbst. Entwicklungsschritte im Leben kommen nicht, weil alles schön ist. Gut, manchmal kommen auch Entwicklungsschritte leichter. Aber oft kommen Entwicklungsschritte dann, wenn man an dem, was bisher war, verzweifelt. Wenn man nicht weiter weiß. Wenn man enttäuscht ist. Wenn man an einem ethischen Konflikt ist. Wenn Sicherheiten zusammengebrochen sind. Das sind Momente, wo man verzweifelt. Und das sind die Momente, wo man unglaublich reift. Wo ein ganz neuer Entwicklungsstadium dort eingeleitet werden kann. Vielleicht erkennst du solche Phasen. Vielleicht war es mal ein heftiger Streit mit jemandem. Vielleicht sogar eine Trennung. Vielleicht ein heftiger Streit bei der Arbeit. Vielleicht ein Rauswurf. Vielleicht ein Betrug von jemandem, auf den du gebaut hast. Vielleicht ein ethischer Konflikt, wo du nicht weißt, wie es weitergeht. Vielleicht eine Krankheit. Vielleicht eine Zwickmühle, in der du drin bist. Das sind wichtige Phasen im Leben. Diese Verzweiflung bewusst zu erleben und nicht zu überspielen, nicht zu ertränken oder zu betäuben, kann ein wichtiger Entwicklungsschritt sein. Und aus der Verzweiflung kommt dann wirklich etwas Neues und etwas Großartiges. In diesem Sinne, angenommen, du bist jetzt verzweifelt. Dann würde ich dir den Tipp geben, sei dir bewusst, du hast gute Grund, jetzt verzweifelt zu sein. Mache dir bewusst, Verzweiflung ist etwas Gutes. Verzweiflung ist etwas, wo du wachsen kannst. Verzweiflung ist etwas Spirituelles. Wenn du einen Bezug zum Yoga hast, kannst du dir das sagen, ja. Der Arjuna, der schon Jahrzehnte auf dem spirituellen Weg war, der musste in eine tiefe Verzweiflung gehen, um die Schritte zu bekommen zu Samadhi. Denn im 11. Kapitel der Bhagavad Gita kommt Krishna ins Überbewusstsein. Er kommt Arjuna ins Überbewusstsein. Jahrzehnte hat er praktiziert, hat auch schöne Erfahrungen gehabt. Aber diesen großen Entwicklungsschritt hat er gehabt, als er verzweifelt war. So wäre die erste Sache, sei dir bewusst, Verzweiflung kann etwas Gutes sein, kann etwas Spirituelles sein, kann etwas sein, woran du wachsen kannst. Mache dir vielleicht auch bewusst, was die Ursache der Verzweiflung ist. Und mache dir bewusst, dass die Verzweiflung dir helfen wird, aus alten Gewohnheiten auszubrechen, eine neue Entwicklungsstufe einzuleiten. Und dann überlege, vielleicht sogar schon, gibt es schon einen Ausweg daraus. Vielleicht gibt es aber jetzt noch keinen Ausweg. Dann sei dir nur bewusst, ja, jetzt bin ich verzweifelt. Jetzt weiß ich nicht weiter. Gewissheiten sind zusammengebrochen. Aber ich kann sicher sein, so sagt es das Yoga, So sagt Krishna in der Bhagavad Gita, mittelfristig werde ich aus der Verzweiflung in eine neue Freude und Wonne und eine tiefere Erfahrung kommen. Auf der oberflächlichen Ebene habe ich gute Gründe, jetzt verzweifelt zu sein. Aber in der Tiefe meines Herzens weiß ich, ich werde dort bald schon herauskommen. Ich werde eine Führung erfahren von innen oder auch vom Göttlichen. Und ich werde daran wachsen. Ich weiß noch nicht, wohin es geht. Und deshalb weiß ich jetzt gar nicht weiter und bin verzweifelt. Ich habe gute Gründe dafür. Aber ich habe ein Vertrauen. Ich habe ein Vertrauen, dass in der Tiefe meines Wesens schon die Lösung für diese Verzweiflung bekannt ist. Und dass diese Lösung schrittweise sich offenbaren wird. Und schon bald wird mein Leben auf eine höhere, eine reifere, vielleicht sogar eine freudige, freudevollere Stufe gestellt. Mehr zum Thema Verzweiflung auf unseren Internetseiten www.yoga-vidya.de Dort findest du ein Suchfeld und dort kannst du eingeben Verzweiflung. Und da findest du einen großen Internetartikel, Wikiartikel mit vielen Aspekten zum Thema Verzweiflung. Auch eine ganze Hörsendungsreihe, wo ich mich damit beschäftigt habe. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Sukadev von www.yoga-vidya.de